Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und ich erkläre euch hier gerade, wie das Wetten im Casino funktioniert. Und wir sind hier gerade beim Pferdewetten und ja, so, gehen direkt mal rein, denn wir haben nur noch eine Minute Zeit und dann beginnt schon das Wettrennen, Freunde. Und ja, wir gehen mal hier auf die Wetten. Wir können hier mit den anderen spielen oder wir machen Spielen mit uns selber. Wir wollen aber natürlich hier dabei sein und müssen jetzt hier ein Pferd tippen. Und wir sehen hier mal die Chance 16 zu 1, dass er gewinnt. Also das ist wirklich, glaube ich, das beste Pferd hier mit 3 zu 1, dass er gewinnt. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er hier gewinnt, aber meistens, sage ich mal, gewinnt nicht der. Wir werden jetzt mal auf das dritte Pferd tippen, können jetzt hier eigentlich unseren Einsatz tippen. Also wir sehen, 500 tippen wir und 7.000 würden wir gewinnen. Also das machen wir jetzt mal auf... Komm, wir machen jetzt mal No Risk, No Fun, 5.000 und wir kriegen hier 70.000 zurück. Das wäre auf jeden Fall wirklich krass, wenn wir das gewinnen. Also Pferd Nr. 3. Pferd Nr. 3 ist der mit dem roten Helm. Wir sehen hier, können Hauptansicht... Ah, okay. Das ist eine bessere Ansicht, Leute. Dann sehen wir das ganze Rennen. Das ist natürlich auch nur eine Spaßsache hier, Freunde. Unser Pferd ist letzter. Das ist auf jeden Fall mal vielversprechend. Aber die Chance ist halt so gering, dass ihr hier wirklich gewinnt am Ende. Wir haben den mit dem roten Helm, der jetzt gerade auf Platz 2 ist. Vielleicht. Wir sehen oben noch die andere Ansicht, Freunde. Also immer dieser rote. Ja, okay. Unser Pferd fährt jetzt komplett nach hinten. Das ist nicht gut. Vielleicht jetzt nochmal. Aber das Pferderennen, Freunde, ist halt wirklich, sag ich mal, einfach reine, reine Glückssache. Wie ja auch alle anderen Spiele. Boah, der Fünfer, der jumpt ja mal extrem nach vorne. Vielleicht kommt der Dritte noch dazu. Ja, jetzt wird es nochmal eng am Ende. Aber der Dritte, der Dreier, verliert hier leider. Und der Zweier wird hier gewinnen. Und ich habe alles verloren, Freunde. So, wer hat jetzt gewonnen? Ich auf jeden Fall nicht. Also hier, ihr seht, ich habe leider alles verloren. Deswegen, wie gesagt, gönnt euch nicht hier das Pferderennen. Ähm, das ist wirklich nicht, 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 äh, ja, kann man nichts gewinnen. Also mein Pferd wurde Dritter. Das bringt mir auch nichts, Leute. Äh, deswegen, ja. Da gibt es auf jeden Fall andere Spiele, wo man euer Geld verzocken kann. Aber, äh, es ist halt eine sehr hohe Gewinnchance. Wenn ihr hier wirklich gewinnt, dann könnt ihr richtig viel gewinnen. Aber ansonsten solltet ihr das auch sein lassen, meiner Meinung nach. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. So, also Leute, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit dem DRC an dieser Stelle. Ich danke euch wirklich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben vom DRC. Äh, ein bisschen die Spiele erklären und so. Ah ja, da kommen irgendwelche Clan-Members schon rein, Leute. Wie gesagt, heute Abend werde ich live streamen. Wenn ihr da Bock habt drauf, dann, äh, kommt gerne rein, wenn ihr wollt. Und, ja, ich würde sagen, äh, das war's mit dem Stream. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö-mü-dö. Tschüss. Tschö-mü-dö. Tschö-mü-dö. Untertitelung des ZDF, 2020